Ich habe ihn wieder. Er ist wieder da. Philipp weiß nicht, dass ich hier bin. Ich stelle mir ständig vor, wie sie hier diskutieren und sprechen über ihn. Und das ist quälend. Ich weiß, sie müssen sich ein Urteil bilden, aber das scheint mir nicht möglich. Ich bin gekommen, weil ich glaube nicht, dass irgendwer versteht, was er nicht auch empfunden hat, wovon er nicht getroffen wurde. Oh Gott! Das war's.